Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppoplay's Dark Souls Prepare to Die Edition. Ja, was haben wir in der letzten Episode gemacht? Wir haben so einen Gargoyle bekämpft, beziehungsweise zwei. Und mitten während des Kampfes hat er so eine Axt gedroppt. Und ich habe mich mega gewundert, was da los war. Dann habe ich mir nochmal das Video dazu angeguckt. Ich habe wohl seinen Schwanz abgeschlagen gehabt in dem Video. Und deswegen ist ihm da wohl... Ja, deswegen hat er da wohl die Axt gedroppt, die wohl seinen Schwanz darstellen sollte. Oder seinen Schweif oder... Naja, sein Ding hinten dran halt. Und das hat mich etwas verwirrt. Und ich glaube auch, dass wir uns relativ gut geschlagen haben in dem Kampf. Deswegen werde ich es gleich nochmal versuchen. Oh cool, Hüllenschilde. Das ist ganz gut, wenn wir da ein weiteres Hüllenschild finden. Ich habe mir ja mein normales Hüllenschild, das ich ja momentan benutze, noch nicht geupgradet. Und wenn das kaputt geht, dann habe ich einfach eins als Ersatz. Und ihr seht, ich fahre nach unten. Ja, warum fahre ich denn nach unten? Ich wurde ein klein wenig gespoilert. Kein Major-Spoiler oder sowas, sondern nur ein ganz kleiner Spoiler eben. Und zwar weiß ich jetzt, wo man seine Estus-Flakons upgraden kann. Und zwar ist das, wenn man hier rausgeht... Wenn man hier rausgeht und dann da runterläuft, da ist so ein... Keine Ahnung. Schwer zu erklären, ihr werdet es gleich sehen. Da ist so eine Olle. Die sitzt hinter so einem Gitterfenster irgendwo hier in der Nähe. Ich weiß nicht ganz genau. Hier lang? Ach nee, hier ist so eine Treppe, genau. So, irgendwo hier muss es sein. Da ist so eine Oma. Ah, hier. Hier ist die Oma. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Aber hier kann man seinen Estus-Flakon verstärken. Ähm, und das ist glaube ich eine gute Sache. So, das habe ich einen Estus-Flakon plus eins. Das heißt, der heilt glaube ich mehr Leben auf. Was steht denn hier? Guck nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwie was versteckt ist oder so. Dann gehe ich zurück zu meinen Gargoyles. Ach nee, das ist mir gerade, also, keine Ahnung, vielleicht ist da drin eine Falle oder irgendwie so ein, so ein Schnickschnack. Damit will ich jetzt eigentlich gerade nichts zu tun haben. Deswegen gehen wir wieder nach oben. So, und dann gibt es noch eine kleine Sache, die ich, ähm, ja, wo ich etwas gespoilert worden bin, leider. Ja, so ein klein wenig. Aber ist auch keine große Sache. Was ich zumindest so mitbekommen habe. Und zwar, wenn man mit diesem Typen hier nochmal redet. Äh, mit diesem Typen, der hier stehen müsste. Genau. Dann. Oh mein. Oh, ich muss mich auf meine Kampagne erwarten. Also, was, wenn ich dir was erzählen würde, würde ich das, bitte? Dann kann man hier alles annehmen. Und jetzt bietet er mir an, ein Eid zu leisten. Und ich mach einfach mal Ja. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ja, ich hab... Jetzt lasst mir meine Miracleen. Nur ihre ultime Effektivität wird durch Ihre Effizien und Ihre Hoffnung beherrscht. Okay, also ich hab jetzt hier ein Eid geleistet. Und wenn man diesen Eid eben leistet, dann kann man hier, wenn man rausgeht, Start. Status anzeigen. Dann hab ich jetzt den Eid, der weiße Pfad. Der Name des geleisteten Eids. Ja, aber was macht der Eid? Das weiß ich nicht. Das ist so ein klein wenig ein Problem. Aber man kann hier ein Eid leisten. Und ich dachte mir, ja, warum denn nicht? So. Und jetzt kann man hier auch bei dem Typen Gegenstände kaufen. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier kaufen könnten. Einen Talisman und einen Toru-Lund-Talisman. Keine Ahnung. Interessiert mich alles nicht sehr. Also okay, was haben wir hier? Auszug aus großer Heilung. Ähm, ich glaube, sind es Zauber? Sind es Heilzauber? Ich glaube, wir können hier Heilzauber kaufen. Also vor allem. So. Israsch fügt keinen Schaden zu, wirft Feinde aber zurück und verteidigt gegen Pfeile. Okay. Und was kann das hier? Ähm. Keine Ahnung, was das macht. Ah, hier haben wir Heilung. Auszug aus großer Heilung. Ach, das ist wahrscheinlich hier nur so ein... Okay. Ach so, dann kann das hier so ein Heilzauber, der nur ein paar Mal funktioniert. Also hier könnten wir Heil-Sachen kaufen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was dieser Eid hier macht. Aber man kann ihn leisten. Und deswegen habe ich das mal eben gemacht. So. Jetzt werden wir uns wieder den Gargoyles widmen mit den verstärkten Estus-Flakons. Aufwärts. Ich frage mich auch, ob man hier runterspringen kann zum Beispiel. Auf diese Plattform und dann da so weiterlaufen. Das sieht ein bisschen so aus, als ob das möglich wäre. Aber ich würde es ungern ausprobieren. Warum habe ich eigentlich Schaden genommen? Beziehungsweise wo? Ich weiß es nicht. Ach, ich glaube, ich habe ja gegen die Skelette da gekämpft. So, wie gesagt, ab zu den Gargoyles. Äh, was? Äh, ich habe doch geblockt. So, und damit haben wir ihn getötet. Ja, was dieser Estus-Flakon, der Verstärkte jetzt macht. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte er mich mehr heilen als mein Alter. Dann probieren wir es nochmal aus. Ja, habe ich keine Ahnung, ob er mich mehr geheilt hat, weil der Alte das auch komplett aufgeheilt hätte. Da habe ich mal wieder... Eieiei, wenn man einen Tag lang nicht mehr gespielt hat, dann muss man erstmal wieder so ein klein wenig reinkommen in das Spiel. So, aber ich denke, die Gargoyles, für die Gargoyles reicht das jetzt mit den neuen Estus-Flakons. Äh, so vielleicht. Äh, ich mag die immer noch nicht, diese Gegner hier. Oh cool, aber drei auf einmal zu töten, sieht immer ganz cool aus, wenn die so synchron sterben. Also, als ob sie das eingeübt hätten, ihre Todes-Animation. Naja. So, ja, Gargoyles, was habe ich für eine Strategie? Ich weiß übrigens, also ich habe ja denen den Schwanz abgehackt und dafür ein Item bekommen. Ähm, es wäre natürlich jetzt mega cool, wenn die einfach den Schwanz nicht mehr... Wenn er einfach nicht mehr nachwachsen würde. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich leider nicht. Ich nehme mal an, dass die wieder in voller Montur da sind, wenn ich da durch den Nebel schreite. Äh, oder? Ja, der hat wieder sein Schwanz... Das hat er ja mal wieder super angefangen. Okay. Okay, das war ganz gut. Ah, schade, daneben. Jetzt kann ich aber... Der war ganz okay. Der war sogar von hinten. Das macht ja immer mehr Schaden gegen die Gegner. Weg, weg... Oh. Der hat so einen weiten Schwung auch immer. Okay, und der andere Gargoyle, der scheint nicht nach Zeit zu triggern, sondern immer, wenn die nur... Wenn er nur noch halbes Leben hat, der hier. Äh, ja. Oh ja, und da bin ich verbrannt. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen für den ersten Versuch gegen die Gargoyles. Die Glocken-Gargoyles natürlich. Ähm, das ist auch verdammt fies dann irgendwie, wenn dann zwei auf einmal kämpfen. Ähm, das wird... Also, gegen einen kann man ja einiges reißen. Gegen zwei fühle ich mich immer so, als ob ich nicht so wirklich gute Chancen hätte. Naja. So, jetzt müssen wir erstmal natürlich wieder die Skelette töten und dann den, äh, den einen etwas stärkeren Krieger und dann die ganzen anderen Typen, bis wir da wieder hinkommen. Ähm, das ist so ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, dass man ja immer noch, ähm, Gegner auf seinem Weg hat zu den Bossen. Ähm, und dass man halt nie direkt vor den Bossen speichern kann. Und dann halt deswegen immer irgendwie so kleinere Laufwege hat. Aber, mein Gott. Das muss man in Kauf nehmen. Ähm, wenn man besser spielen würde, dann hätte man halt überhaupt kaum Laufwege wegen den ganzen coolen Shotcuts. Von daher schiebe ich es mal nicht aufs Spiel, sondern auf meine eigene Unfähigkeit, die Gegner besser zu töten. So. Ja. Und dieser Eid hilft auch nicht viel bei dem Töten der Gargoyles. Der hätte ja irgendwie, äh, 10.000 Schaden machen können. Oder auch gegen Gargoyles zum Beispiel. Dann wäre der Eid nützlich gewesen. So. Schlimm. Wie viel Schaden ich hier genommen habe. Hä? Habe ich gerade Schaden genommen, weil ich die getötet habe oder so? Ich weiß es nicht. Habe ich mir zumindest eingebildet, dass ich irgendwie Schaden genommen habe, obwohl der mich nicht getroffen hat gerade. Seltsam alles. Naja, ich werde auf jeden Fall einen Estus trinken, bevor wir da, bevor wir da nochmal uns mit den Gargoyles anlegen. Und, hä, ich glaube ich werde mich noch öfter mit den Gargoyles anlegen dürfen. So. Ja, da sind wir fast aufgeheilt. Also so ein Estus heilt jetzt schon, ähm, die Hälfte meiner Lebensbar... Oh, nicht gut. Ah, aber er hat daneben geklopft. Oh, Volltreffer von ihm. Und ich habe natürlich daneben gehauen. Autsch. Jetzt habe ich eine Chance. Komm schon. Ah, voll daneben schon wieder. Oh, oh, nicht gut. Oh, er hat daneben gehauen. Jetzt. Komm schon. Gib ihm Saures. Äh. Ja, toll. Jetzt sind es zwei. Na, wunderbar. Jetzt beginnt der Spaß erst. Autsch. Den hat er davor auch noch nie gemacht. Ich wünschte, die könnten sich auch gegenseitig schädigen. Aber das ist wohl zu viel Wunschdenken. Ja, irgendwie... Wenn es mal zwei sind, dann fühle ich mich immer so ein bisschen... Weiß ich nicht. Zum einen habe ich schon, glaube ich, wieder den Schwanz abgehackt gerade. Und ich weiß gar nicht, ob der zweite überhaupt mit Schwanz spawnt oder sowas. Ähm, der hat ja auch nur ein halbes Leben. Immer. Deswegen... Ich weiß es nicht genau. In jeden Fall kann ich es noch... Bestimmt ein, zwei, drei Mal versuchen in dieser... In diesem Part hier. Ich denke echt, dass ich es schaffen kann, wenn ich einmal irgendwie... Ähm... Ein bisschen Glück habe. Und dann... Bräuchte ich jetzt nur noch mal mein Glück hier so ein bisschen. So, du bist erst mal tot. Gleiches gilt für dich. Aber solange ich auch... Das, was eigentlich auch ziemlich cool ist... Solange ich jedes Mal mein grünes Zeug wiederholen kann... Verliere ich eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe jetzt da wieder oben circa 3000 Seelen oder sowas liegen. Plus und minus ein bisschen was. Ist okay eigentlich auch. Es könnte schlimmer sein. So. Der hat nach wie vor keine Chance, wenn er hier so dumm auf der Treppe kämpft. Naja. Dem sollte man mal ein bisschen Strategie beibringen, dass er sich vielleicht mal unten an die Treppe stellt. Dann hätte er durchaus bessere Chancen. Ja, bei denen ist es halt nach wie vor eigentlich nur... Man sollte sich nicht so oft treffen lassen. Das ist ein guter Tipp, ne? Sonst können die halt gar nichts irgendwie. Die sind nur da, um von mir ein bisschen Zeit zu verschwenden, glaube ich, so manchmal. Ja, dann essen wir mal... Essen sage ich schon. Trinken wir einen Estus. Ich weiß gar nicht, ob man Estus isst oder trinkt. Ich weiß auch gar nicht, was Estus so an sich ist. Ob es Estus auch zum Beispiel in der griechischen oder römischen Mythologie gibt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Deswegen, naja. Also gehen wir wieder durch den Nebel und bekämpfen den Gargoyle. Den haben wir ja noch überhaupt nicht probiert. Und auch noch... Oh, das ist natürlich wieder ein super Start. Wird noch besser. Ja, der hat mich schon fast gekillt. Und vor allem habe ich auch noch nicht mein Zeug zurück. Was extrem bitter wäre. Eigentlich habe ich... Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Bitte töte mich nicht. Ja, lass mich zumindest mein grünes Zeug holen. Wo ist es? Okay. Okay, okay, okay. Jetzt kann ich sterben. Jetzt ist es nicht mehr so wild. Ja, aber es wäre trotzdem nicht gut. Weg, weg. Oh nein. Ich wusste, dass er mich volle Keine erwischen wird. Das gibt es halt gar nicht. Ich kann... Ich komme halt auch nie irgendwie dazu, meinen Estus mal zu trinken. Okay, jetzt kann ich mal zustechen auch. Netter Hit. Netter Hit. Hast du gut gemacht. Mr. Gargoyle. Jetzt kämpfen wir wieder gegen Zwei. Ah, Mann ey. Öh. Ja, aber diesmal sind wir direkt vor der Hausdur hier gestorben. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann haben wir beim nächsten Mal wenigstens am Start nicht das Problem, dass wir erst versuchen müssen, an unseren grünen Mist ranzukommen. Ich denke, einen Versuch kann man noch starten in diesem Part. Und danach, ähm... Ja, weiß ich nicht. Wäre ich es vielleicht im nächsten Part auch gleich nochmal versuchen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es halt schaffen kann. Das Problem ist halt irgendwie, man muss, ähm... Es wäre ganz gut, den einen Gargoyle zu töten, bevor der andere kommt, so in etwa. Also der andere fliegt ja an, wenn man den ersten auf die Hälfte der HP runterhaut. Und wenn man dann... Oh. Wenn man es dann halt schaffen würde, irgendwie... Ähm... Mit einer guten Kombo oder sowas. Zwei, drei Hits auf den ersten Gargoyle zu bekommen und ihn zu killen. Bevor der zweite sich so wirklich in den Kampf einmischt. Dann hat man tatsächlich legitim eine Chance, diesen Kampf zu gewinnen, bilde ich mir ein. Aber so, wenn die beide gleichzeitig da sind, der eine am besten noch Feuer spuckt und der andere im Nahkampf ist und noch seinen, äh... Seinen Axtschwanz hat, dann ist das eher nicht so. Und wenn er diese Pose einnimmt, dann will er mich, ähm... Messern. Also da macht er diesen... Diesen Trick da, den er schon mal gemacht hat, wo er mich so quasi, ähm... So aufspießen will. Das haben wir ja schon mal gesehen. Das war schon mal ein ziemlich erbärmlicher Tod meinerseits, als er den rausgehauen hat. Also diesen... Diese Attacke. Ach, die sind nach wie vor einfach nur nervig. Ich wünschte, man könnte die irgendwie, äh... Effektiv alle vernichten, ohne sich da großartig... Erstmal Schaden zu nehmen oder sowas. Und ich will eigentlich auch nicht sowas benutzen, wie zum Beispiel eine Brandbombe. Oh, oh, oh nein. Ich hänge hier so gegen die Wand so ein bisschen. Okay, dann trinke ich mal einen Estus ganz schnell. So, das waren zwei. Wenn der zuschlägt, dann killen wir die anderen zwei. Das waren dann alle, oder? Das waren dann alle. Ja, ich denke einmal können wir es noch versuchen, die Gargoyles zu töten. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ja, das ist ja bisher immer so gewesen eigentlich, dass ich, äh... Was soll, fast immer so am Ende einer Episode oder am Ende von 20 Minuten circa dann beendet habe. Ähm... Wobei, ja gut, das ist auch ein bisschen betrogen. Manchmal waren die Episoden auch länger als 20 Minuten und dann habe ich noch gewonnen. Und dann eben die Episode beendet nach Bosskill. Aber, naja, man weiß es nicht. So, da drüben bin ich also gestorben. So, erstmal anvisieren. Gut. Daneben. Okay. Ja, bisher, der Anfang war okay. Kann natürlich besser sein, aber... Oh, cool. Kann man sich, glaube ich, bisher echt nicht beschweren. Ah, natürlich voll ins Feuer reingeranzt. Ähm... Ja, ja, das Feuer geht aber nicht weit genug. Okay, erstmal ein Estus. Ah, zwei von denen, ey. Das ist so unfair. Äh. Hm, ja, ja. Äh, Burdur. Ich sterbe. Wo bin ich überhaupt? Äh. Ah, ich bin hier hinten schon auf dieser Brüstung. Ja, ich sollte hier weggehen. Äh. Ich habe auch gerade den Falschen anvisiert. Äh, ich kann auch gerade sein Feuer nicht blocken. Und bin tot. Und ja, ihr seid gestorben. Wer hätte es erwartet? Ich hätte es erwartet. Wir haben wieder 5000 Seelen, die wahrscheinlich bald weg sind, weil unsere Leiche im schlechtesten Spot der Welt liegt. Aber ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen. Und zwar in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich beim Leiden anzugucken, wie ich gegen die Gargoyles versage. Und in der nächsten Episode wird es dann hoffentlich etwas besser. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.